willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich gucke mir ab und zu auch mal ein paar andere dörfer an vor allen dingen die aus der legende einige lassen sich ja immer gerne was einfallen so wie das kai hier vom gleichnamigen clan cloud 21 also die schöne wolke hier hat er nett gemacht mit den mit den mauern 2 1 jawohl und ist auch schon mittlerweile max out ich glaube ein heldenlevel fehlt ihm noch beim könig und ich gucke immer mal wieder so ein bisschen in die dörfer hier so rein auch ins nachtdorf wie weit denn eigentlich so jeder ist jeder ist ja ja anders ich weiß nicht wie ihr jetzt euer nachtdorf gespielt bzw seitdem es ja bilderhall oder meisterhütte 9 gibt gibt es hier ja nichts mehr also ich will es mal so sagen es gibt ja eigentlich nichts mehr zu tun außer den otto und man levelt sein dorf denn es gibt ja keine einzige errungenschaft dazu das ist eigentlich ein bisschen schade denn bei bilderhall 8 da gab es noch eine errungenschaft mache dann dann bilderhall 8 oder sehr sehr früh gab es diese errungenschaft mache die maschine fertig aber jetzt mit bilderhall 9 oder meisterhütte 9 bleiben wir mal beim deutschen ist das nicht so es gibt einfach keine errungenschaft deswegen ist auch jeder anders der sky hat sein otto hier noch auf level 2 er hat halt vorgezogen anders vorzugehen nämlich erstmal truppen zu leveln das werden glaube ich auch meine nächsten truppen bzw der mutanten lakai und der ballon hier ich denke das werden bei mir die nächsten truppen ich habe es ein bisschen anders gemacht muss ich sagen ich habe tatsächlich mir die sachen hoch gemacht die ich für den otto brauche die für den otto brauche und gehen wir mal rein das heißt also was braucht man eigentlich für ein otto um ihn abzudaten man brauchte erst mal alle drei sachen die man im anderen dorf bauen kann diese doppelkanone den bogenschützen turm die man unterstellen kann und den multi oder den die multimortar den multi minwerfer und die brauchte man die drei sachen zuerst dann musste man den mega tesla den habe ich auch gleich zu anfang oder relativ früh zu anfang gemacht man brauchte die kanonen karre auf level 18 also max level auch das habe ich gelevelt und danach habe ich tatsächlich hier meine kampfmaschine gelevelt das war gar nicht mal so einfach oder so schwer je nachdem mit dem mit dem pass lief die maschine jetzt auch immer nur drei tage und 14 stunden glaube ich waren es also es hielt sich in grenzen und ich habe einfach man muss sagen ich habe es irgendwie durchgestanden durchgehalten aber ich will den otto in jedem fall jetzt upgraden hier das heißt also wenn wir hier auf upgrade gehen wer das vielleicht noch nicht gesehen hat wenn ihr in der meisterhütte noch nicht so weit seid dann seht ihr auch hier die errungenschaften die man machen muss ich habe jetzt also überall grünen haken und glaube ich kann jetzt ja ich kann glaube ich jetzt auf upgrade klicken mal sehen was passiert otto ist completed ok irgendwie habe ich so ein bisschen das gefühl er passt gar nicht so ein bisschen so nach clash of clans weiß ich nicht ah ok don ok you swing a hammer well then pack your things you can get a place ready for me to stay ok wir können jetzt also irgendwo irgendwo können wir den jetzt unterbringen den kann man jetzt irgendwie reisen lassen ich weiß nur noch ich weiß nur noch nicht genau wie ich muss mal sehen magic items info mal gucken oh ich glaube ich weiß wo es war ich glaube ich weiß wo es war man gehe hier aufs boot a da ok dann kann ich sagen und place buildings ok ich kann die hütte hier einfügen im moment habe ich natürlich eigentlich keine keine hat keinen drang die hütte hier zu platzieren aber man sollte ja eigentlich jetzt einen meisterbilder hier oben mehr haben und ich sehe immer noch drei von fünf ich dachte ich hätte jetzt sechs keine ahnung oder aber ich kann ihn irgendwas machen lassen das weiß ich nicht ich kann ja hier normal nur noch die mauern machen das ich muss sagen das weiß ich jetzt gar nicht ob ich das ist ob ich das jetzt richtig gemacht habe ach doch da habe ich jetzt zwei von zwei aber eigentlich sollte ja einer rüber gehen travel ich muss hier noch mal hingehen ok der kann also wandern ja ok wie wandert er denn eigentlich wandert er mit dem boot oder wo wo ist er ach da unten ist er da ist er auch nicht schlecht ok also nimmt er hier seinen schraubenschlüssel und die karten er nimmt kleine boot ok und kommt dann sicherlich hier oben irgendwann an ist auch ist das an ist das animiert hier hier kommt er an da ist schon mal das boot aber ist es glaube ich nicht animiert dass er irgendwo ins dorf kommt naja doch da kommt er da da ist auch nicht schlecht und wo ist er jetzt unter der macht nicht der macht sind der macht es auch nicht anders als die anderen aber da oben steht jetzt vier von sechs also wir haben den master bilder hier und können jetzt im anderen dorf sicherlich auch dann wieder was upgrade im moment meist so ein bisschen die kleinen sachen das kann ja jetzt jemand erledigen hier das heißt ich habe immer noch ein bauarbeiter hier oder kann jetzt wahrscheinlich sogar zwei einsetzen wir das mal eben checken also kleinen sachen push trap ja die können machen 240 neun stunden die lassen wir mal laufen jetzt habe ich null von eins und wenn ich den jetzt wieder rüber travel lasse travel ok und die hütte was ist jetzt mit der hütte was ist jetzt mit der hütte habe ich jetzt die hütte noch oder nicht aber ich habe jetzt in den den bilder ok wie kriegen jetzt die hütte wieder rüber oder kann ich die gar irgendwie kriege ich die irgendwie kriege ich jetzt die hütte nicht mehr rüber die will ich aber irgendwie auch rüber haben aber ich würde sagen wir beschäftigen die bilder mal und auch was etwas kleineres push trap mine ja wir nehmen mal die springtrap hier glaube ich die sprungfalle und damit habe ich dann zwei sprungfallen neun stunden und ich würde sagen ja wir gehen mal mit unserer max kampfmaschine hier auf wanderschaft ich habe das ist eigentlich ja okay das ist noch meine letzte armee als ich noch ich habe die ganze zeit nicht mit dieser armee oder überhaupt nicht mit der mit der maschine hier angegriffen denn ich habe immer mit mit lufttruppen angegriffen aber nicht nicht jetzt unbedingt mit der kampfmaschine beziehungsweise weil ich sie ja nicht hatte daran las eigentlich so jetzt muss ich aber hier mal ein bisschen noch mit denen reinkommen er endlich geht er da durch die mauer durch ok mal sehen ich greife nicht ganz nicht nicht so gerne mit bodentrum an ich meine ich habe das einzige was ich jetzt habe ist die maschine jetzt trotzdem da davor in krascher läuft der weg soll ja so sein das ist halt der der weg für die maschine hier ich habe sie noch nicht mal zweimal zünden können ok natürlich ganz ganz mau von mir hier das ist auch nicht so meine armee ich muss so ein bisschen ich komme mit dem mega mutanten und mit den ballons einfach ein bisschen besser klar vor allen dingen in den dörfern hier die rathaus oder meisterhütte 9 sind dass das liegt jetzt nicht an der neuen defense sondern eher daran dass die neue defensive ja nur diese diesen lava launcher hat und ich schaffe ich schaffe sogar noch die hütte auch nicht schlecht ok ja ich bin ich bin kein guter meisterhütten spieler aber ich habe etwas gesehen was mir noch gar nicht so aufgefallen ist mir sind nämlich zwei sachen hier in der ok wir haben gewonnen wir sind zwei sachen hier aufgefallen ich gehe immer rüber ins normale dorf hier und klicke hier auf mein auf die magic items euch gar nicht machen wenn ich hier unten bin ist mir jetzt erst vor ein paar tagen aufgefallen hier habe ich die ja auch das habe ich echt nicht gewusst leute es gibt immer wieder neue sachen die man in clash of clans sieht oder erkundet und was ich auch nicht gesehen habe es gibt ja prestigepunkte hier so ähnlich wie bei der legend liga auch das habe ich gar nicht habe ich nie im blick gehabt habe ich irgendwie nicht im blick gehabt und meine beste saison war im letzten jahr 4.461 und ich glaube immer wenn man über 4000 kommt dann kriegt man die paar punkte drüber auf seine prestigepunkte dass das wusste ich auch nicht ich habe mich immer so und bei 4000 gehalten weil da war für mich jetzt immer vom bonus her eigentlich dass das hat mir gereicht jetzt zum zum leveln und deswegen habe ich immer so ein bisschen über 4000 gelevelt auch wie kriege ich jetzt die meisterhütte wieder rüber das ist ja das ist sehr merkwürdig rechts geht hier nicht info bilder hall he is available bla 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 ich möchte die hütte eigentlich jetzt hier weg haben ja da muss ich mich da muss ich mal was schlau machen vielleicht könnt ihr mir das in die kommentare schreiben wie ich die olle hütte wieder wegkriege aber gehen wir hier auch noch ein bisschen fahren denn hier haben auch noch ein kleines bisschen zu tun eigentlich nur noch mauern und noch ein wenig helden ich habe jetzt gemerkt wenn ich nur mit der queen unterwegs bin ist das gar nicht mal so einfach vor allen dingen nicht wenn ich ein max rathaus 12 angreife mit der mit der kugel mit der mit dem mega tesla ist gar nicht mal so einfach denn ich habe ja keinen worten der das ding schützt das heißt also ich muss irgendwie mit mit anderen truppen dann richtung richtung dem max rathaus und suche dauert hier ganz komischerweise relativ lange mit einer langen suche meinte ich eigentlich die lange suche nach dem perfekten dorf da ist es das können wir mitnehmen hier das kann ich sicherlich meiner queen antun das ist eine abgefarmte base ist sie wirklich so abgefarmt die x-bügel sind auf jeden fall noch geladen aber sie ist jetzt nicht so super schwer denke ich mal ich gehe auch mal davon aus dass der nix in der klanburg hat eine data nichts drin ja ich bin immer noch mit meiner golem truppe unterwegs dunkel aber teuer ist aber nicht so schlimm können wir ruhig machen denn ich brauchst dunkle nicht mehr einmal die karte hier rein ich bin jetzt zwar in einem clan wo ich ja mal sehen dass ich noch truppen nachkriege so hier einmal den billigen zauber hier rein und ich habe natürlich immer noch keinen aber dann können die hinten rüber springen ich habe natürlich immer noch meine queen muss hinterher ich habe natürlich immer noch keinen wie heißt es jetzt habe ich den faden verloren jetzt habe ich gerade fahren von haja ja 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 da kriegen die ganz schön beschuss ach so ich kriege hier ganz ganz bedingt truppen das liegt einfach daran dass ich im clan bank kein noch bin das heißt das ist der clan wo ich gestern raus gestreamt habe wenn er ziemlich gesehen habt er ist mittlerweile dürfte er in meiner playlist sein also ich muss gerade so ein bisschen in der zukunft reden denn ich nehme diese folge am dienstag auf ihr seht es ja jetzt erst am donnerstag und deswegen kann ich euch das einfach so sagen ich kenne das ergebnis halt noch nicht das habt ihr dann gestern sicherlich gesehen also dann er dann wieder in der vergangenheit aber ich glaube den haben wir ganz gut gemacht und wir behalten die queen in jedem fall denn in dem clan hier ist im moment sehr sehr wenig los die spielen halt auch wirklich nur die liga mit beziehungsweise die beach party und es sind glaube ich auch nur 18 mitglieder hier mal sehen ob es noch ein bisschen mehr werden keine ahnung aber ich denke mal es war ein spannender abend und der der bessere clan oder der effektivere clan möge hier gewinnen ich baue mal eben nach und das sind auch immer immer kleine rituale die ich hier einhalte den nach vorne den nach da und ja ihr seht das sie ich bin in dem in dem clan wo ich halt gestern gestreamt habe oder wo ich halt morgen streame je nachdem aus welcher sicht man das sieht und die haben auch schon esl also die electronic sports league qualifier mit mitgespielt im mai ich weiß aber nicht wo sie da gelandet sind keine ahnung aber ich denke mal war ein schönes ding hier ja wie ich die wie ich die hütte jetzt wieder rüber kriege das da mache ich mich mal schlau ich weiß es echt nicht und ich weiß auch nicht welche truppen ich hier tatsächlich als nächstes level also ich kann mir vorstellen dass wir hier zur forschung erst mal die diese hier machen denn die bekommen auf 18 noch mal zwei stück pro army camp mehr oder plus zwei pro army camp und ich denke mal dass das wird erstmal die nächste truppe sein die werde ich mir auch hoch hämmern können denn ich habe noch ein hammer in der zeitleiste und ich habe noch ein beziehungsweise kein hammer sondern schwert das wirkt in beiden beiden dörfern so dass ich die relativ zügig dann leveln kann um hier ein bisschen effektiver zu werden also mit ich muss sagen mit mit luft truppen komme ich einfach ein bisschen besser klar der war jetzt eben der war nicht nicht schlecht die tonne ist hier hinter dem hinter dem hinter der meisterhütte das ist eigentlich immer schlecht für für meine truppen aber ich nehme die doch doch immer am liebsten zur zeit und ich würde natürlich gerne mal so ein bisschen meine meisterhütte hier ausspielen toto nicht gewechselt jetzt habe ich die ollen truppen nicht gewechselt naja dann gehe ich jetzt halt dann müssen die es jetzt reißen hier dann müssen sich jetzt die mauerbrecher reißen so 1 2 3 4 5 also der lava launcher ist natürlich auch gegen die skelette die herausfallen aber die ich habe wieder nicht geschafft die wenigstens mal zweimal zu zünden naja macht nichts mal sehen ob die bomber die bomber kommen aber auch nicht wie auch nicht wirklich weiter ich würde fast sagen das wird nicht mal nicht mal ein stern hier und so gewinnt man hier natürlich im nachthof nicht ich denke mal vielleicht ist auch nicht so gut das nachthof am pc zu spielen sondern dann eher am handy oder am tablet wo es dann schon ein bisschen mehr bringt und kommen wir dann noch an die meisterhütte ran aber wir kriegen wenigstens ein stern ja aber ich denke mal die paar mega mutanten schaffen da die meisterhütte nicht mehr in der mitte ich habe auch keine skellys mehr ist alles weg okay 54 prozent das immer sehr sehr mau einstellen sowieso also ich denke mal ein stern ist bei mir eigentlich immer drin und 56 prozent okay so viel besser ist er jetzt auch nicht aber naja verloren haben wir in jedem fall ich werde mich immer schlau machen wie ich die alte hütte wieder hinkriege bzw oder ob die jetzt immer da bleibt da habe ich sie ja travel kann ich im moment nicht weil ich jetzt zwei bauarbeiter beschäftigt habe also ist keine schlechte sache denke ich mal fürs nachtdorf ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen auch wenn sie mal ein bisschen nachtdorf lastiger war schreibt mir gerne in die kommentare welche truppen ich so als nächstes leveln sollte oder welche für mich jetzt am effektivsten ist aber ich denke meistens die mega mutanten welche truppen landen welche truppen ihr dann levelt das wisst ihr sicherlich selber für für euch am besten denn ich bestiele die luftruppen im moment etwas vermehrt zumindest im nachtdorf hier in diesem dorf spiele ich nur noch mauern und ein paar hellen der will also lasst euch überraschend irgendwann ist das ding wie ihr next wer ist dahin euer toto fashion